1. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 9. 10. 10. 11. 12. 15. 13. 15. 16. 16. 15. 16. 16. 16. 17. 21. 25. 123. 22. 23. 23. 23. 25. 24. 25. 23. 25. 26. 25. Oh jetzt kann es richtig nice sein, oh ja, jetzt gibt es ein hoher Gewinn. Zahlt er endlich mal gut. Jo, richtig nice. Nur dieser eine Dreh schon von 41 Euro. Oh nein, nochmal ein GG-Win. Jetzt läuft es ein bisschen. Das ist ein richtig gutes Freispiel. Das ist kein Hotboot. Holy fuck. Richtig nice, die Freispiele. Gibt es über 100 Euro. Dann kann ich jetzt auch gleich mal ein bisschen auf 90 Cent drehen. Von mir aus. Ja, schon über 100 Euro. Dann bringt noch was Gutes. Yes. Ja, voll mit Roboter und auf zwei Walken jeweils zwei Roboter. Dann zahlt er Minimum drei rein. So, mach doch mal was Gutes. Das ist ein richtig schicke Freispiele. Ja, fast 120 Euro. Ja, 200-facher Einsatz bezahlt. Richtig nice. So, machen wir mal ein bisschen auf. Moocmann. so höżst?